Oh, gibt es Modifikationen? Welches Rennen ist denn so besonders? Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Wir fahren hier echt mit dem Rennhelm im Cabrio. Ah, voll geil. Ah, voll geil. Um, also nicht so fast. BAM! Kapps ist los. Achtung, der Code 3 hat sich abgeheckt. Alle Einheiten, Suche im Verfolgungsperimeter beginnen, over. Alle Einheiten, Ziel 30 für Code 3 Einsatz, Sichtungen melden. Oh, shit. So, machen wir jetzt ein nächstes Rennen. Crush Hour? Crush Hour? Hm, naja. Go, go, go! Oh, so ein Arschkind, ey. Alter, so ein Wichser. Ja, klar war ich da langsamer. Aber schon 35 und 66 war da reingekommen. Das ist ziemlich schlecht, also da war ich schon fleißig. Ihr läuft am 1044, ruft andere Einheiten, Code 3. Verstanden, Einsatzleitung hat Code 3 genehmigt. Also, Petrale, das sind echt scharfe Wagen. Die machen hier nicht nur eine Sprit-Tour. So, komm schon. Zentrale, wer kümmert sich um diese Raser? Haben wir eine Zuordnung? 10-4. Ich will nicht Sechster werden. Nein, 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 nein. Immer wenn ich gerade ein bisschen besser werden bin und gerade mal ein bisschen vorankommen da kommt gleich wieder so eine Einheit, du darfst nicht gut sein. Fick dich, Scheiß-Problem-Karre. Zentrale, meine Einheit wurde ausgeschaltet. Ich hab'n Lamborghini, ihr Ficka. Kontakt verloren, Verdächtiger entkommen, wenn wir nicht bald finden. Von mir die Verstärkung, wenn sich die Lage ändert, dann schnell, over. B-4, aktualisiere lokale MDCs und erbitte Antworten. An allem, habe neue Beschreibung unserer Verdächtigen. B-4. Zentrale, unzählige 1044er. Verdächtiger verlässt die Straße. Ja, voll. Nein, du Wichser! Du dreckiges Kind, Alter! Jetzt hat mich dieser Scheißkarren noch überholt. Ich glaube, ich spinne, Alter. Mann! Zentrale, rennen, technisches Fahrzeug verloren. Hat jemand seine Position? Den Vierrad der Suche genehmigt. Alle Verstärkungseinheiten Perimeter bilden und Meldung über Sektor durchgeben, over. Und drei Verdächtiger entdeckt, er ist mobil. Ach echt, mit einer Karre bin ich mobil? 42, Trümmer auf der Hand. Fahrrad auch, oder was? Fahrrad auch, oder was? Zentrale, ich sehe den Code-3-Verdächtiger nicht näher. Alle Einheiten im Gebiet, Sichtungen des besuchten Verdächtigen melden. Standardsuche einleiten, over. Zentrale müssen den Vierameter zusammenziehen und eine Sektorsuche starten. Komm, es ist aber, sinkendlich. Ach so, weiterzeit erst mal für die Suche auf Code-2 zu gehen, over. Einsatzwerter. Einsatzwerter empfiehlt Kreis-Suche. Sichtungen passender Fahrt für gemeldet. So, das habe ich schon mal gemacht. Wie gerade ist das, ey? So, und jetzt fick ich euch kaputt, ihr Wichser. So, ja, komm, übersprich das Ganze mal. So, der ist weg. So, und schon wieder sechster. Scheiße! Mann! Ja, ich bin ja ein Spüren da, also. Dann bin ich aber nicht alle hinter mir. Dann bin ich aber nicht alle hinter mir. Dann bin ich aber nicht alle hinter mir. Dann, das war einer. Oh, Mann! Oh, Mann! Ich hab das so lange gemacht. Oh, komm! Mann! So, wieder dritter, ey. Achtet alle auf euer Tempo. Wir wollen diese Chippen ohne Schäden kassieren, over. Warum? Wollt ihr nicht geblitzt werden, oder was? Zentrale 1044 geht weiter. Tun fast so, als würden wir zu ihrem Rennen dazugehören. Tut fast so, als würden wir zu ihrem Rennen dazugehören. So. Ich wollte gar nicht so einen Takedown, aber es ging gar nicht so. Verstanden, es wurden zusätzlich... So, ich hab' ein bisschen schneller. Zentrale 1044 geht weiter. So, ich hab' ein bisschen schneller. Wer kümmert sich um den führenden? Verstanden, MDC-Update an alle Einheiten vor Ort gesendet. Oh, wo fahren die denn alle hin? So, BÄM! Erster! Tschakal Doom! Trotzdem war ich langsamer als der Andi. So, äh, nee, anwenden. Ja, kann man auch anwenden. So. Äh, nee, anwenden. So. So. Komm! So. das war der renner machen wir doch nicht mehr dass er da oben oder näher ist ein anderes wir das hat gleich er hat aber eine ganz schlechte beschleunigung dem habe ich glaube ich jetzt allgemein an wenigstens gebaut im vergleich von anderen um das gibt es doch nicht die fangst um hier Verdammt. So, 600 Meter. Nice. Ich verfolge einen Code 1042. Verstanden. Einsatzleitung gibt Code 3 Verfolgung frei. Bitte Position durchgeben. An alle Verdächtigen verloren. Ja, ist auch gut so. Verdächtiger wurde nicht geordnet. Streitdienst bis auf weiteres fortsetzen. So. So. Besiege den Shelby Cobra 427. Copyright. Alter. Voll geil. Schaut das doch aus, ey. Ach, da ist jetzt die Karre draus. Voll Transformers, ey. Neun Kilometer. So. 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 Scheiße! Mann! Ja, wer der Erste, ich weiß.